Hallo Athleten, willkommen zum YouTube-Channel von Crossy Passau. Bei unserem heutigen Home-Workout haben wir ein High-Intensity-Interval-Training. Es besteht von 32 Intervallen, immer 20 Sekunden arbeiten und 10 Sekunden Pause. Intervallen 1 bis 8 sind Suicide Planks, Intervallen 9 bis 6 sind Ring Bros oder Renegade Bros, Intervallen 17 bis 24 seid Lizards über Objekt und Intervallen 25 bis 32 Mountain Climbers in der Variante Fuß neben die Hände. Wenn ihr Renegade Bros macht, die Rx Gewichten sind mit Dumbbells 22,5 Kilo für die Männer, 15 Kilo für die Frauen oder mit Katalog 24 Kilo für die Männer, 16 Kilo für die Frauen. Sonst, wenn ihr die Möglichkeit habt Ring Bros zu machen, dann Ring Bros Bodyweight. Zur Strategie, es sind immer 20 Sekunden arbeiten. Hier müssen wir schon so viele Wiederholungen wie möglich schaffen. In früheren Fällen, wirklich in diesem Workout müsst ihr auf ihre Grenzen gehen. Auf eure Grenzen. Das wäre alles zu dem Workout. Ich hoffe, wir sehen uns in der Klasse. Sonst viel Spaß beim Turnen. Wir sehen uns.